In diesem Video der Besuch von Bernis Modellbahn mit viel Fahrbetrieb. Wir haben neues Ladegut gebaut. Rocco bekommt einen Modellwunsch von uns. Und ein Vectron wurde zum Dummy umgebaut. Servus und grüß euch bei der MOBA Manufaktur. Wir hatten wieder mal Lust auf neues Ladegut. Und Schnittholz für Rungenwagen aller Art kann man ja immer gebrauchen. Besorgt habe ich dazu Kiefernholzstäbe aus dem Baumarkt in verschiedenen Größen. Abgelenkt wurden diese mit der auf dem Kopf stehenden Stichsäge mit Metallsägeblatt. So halten sich die Ausfransungen im Rahmen. Achtung, bitte nicht nachmachen, Verletzungsgefahr. Nach dem Zuschnitt wird einfach alles zu einem Stapel verleimt. Die Zwischenhölzer sind übrigens aus dünnem Furnier. So wirkt es vom Verhältnis sehr stimmig. Breite und Länge der Stapel wurden sinnvoll an die Wagen angepasst. Nach dem Abwarten bis die Stapel trocken sind, wurden noch Spangurte aus Isolierband emittiert. Und teils Farbmarkierungen und Beschriftungen angedeutet. Soh, das war's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Das nächste Thema dreht sich um einen Modellwunsch, den wir haben. Und zwar wären Containertragwagen mit diesen Mobiler Linking Rail & Road Containern ziemlich fein. Diese stehen immer im Industriegebiet nahe meines Arbeitsplatzes herum. Somit habe ich davon ein paar Fotos gemacht und reiche über die Rokko Homepage diesen Modellwunsch ein. Was denkt ihr dazu? Freue mich über einen Kommentar, ob euch diese auch gefallen würden. Beim Einreichen sind auch noch ein paar Zusatzinformationen notwendig. Diese habe ich nach bestem Wissen und Gewissen befüllt. Ich bin sehr gespannt, ob ich dazu von Rokko mal was höre. Ansonsten wäre die Alternative, diese selbst im 3D-Drucker herzustellen. Die aufwändige Bedruckung wäre aber nur sehr schwierig zu verwirklichen. Die ARS Altmann Autotransportwagen sind ja bei Auslieferung ziemlich schwer. Leider schafft es ein Rokko Vectron nicht mehr, den Ganzzug mit 10 Doppelwagen über meine Anlage zu ziehen. Da scheitert es an den eigentlich harmlosen Steigungen. Somit war es nötig, die Wagen zu zerlegen und die innenliegend verklebten Gewichte zu entfernen. Teils gingen sie sehr einfach raus, ein Gewicht wollte mal gar nicht. Mit viel Krafteinsatz ging es doch und zum Glück ohne den Wagen zu beschädigen. Das Gewicht selbst habe ich dafür komplett verbogen. Unter 33 Metern sind es. Na schauen Sie rein, da war die Kuppel. Hast du alle Kuppel und die D-Hubsen gerade? Alles. Ich zieh. Ich zieh. Einen Vectron als Dummy-Lock wollten wir schon seit längerem haben. Über den Gehäusetausch können wir diesen vielseitig einsetzen. Vor allem beim Drehen von Fahrbetrieb ist es sehr praktisch, so auf die Schnelle eine optische Doppeltraktion zu verwirklichen. Die Lok wurde dazu komplett leer geräumt. Platine raus, Motor raus, Antriebsstrang raus. Theoretisch kann man diesen Umbau jederzeit wieder rückgängig machen. Wir nutzen jedoch alles Ausgebaute eher zur Ersatzteilversorgung. Dankeschön Galilei. Wir wünschen uns natürlich Associations Stanford am Cheerleid. Wir wünschen uns zum nächsten Mal ein paarπαband. Wir wünschen uns deutlich, dass alles gut Security ist. Alle gerade nein? Wir wünschen uns der erste Jill über die Hebat Sophia. Wir wünschen uns jetzt der nächste Dann mãe Kipi einnimmchen. WennलMat Der Lokzug mit drei Dummies und einer Antriebs-1216er war in wenigen Sekunden aufgegleist, ohne hier Stunden in die Kennfeldprogrammierung von Dekodern zu investieren. Der Lokzug mit drei Dummies und einer Antriebs-1216er war in wenigen Sekunden aufgelegt. Dieser wurde schon so konzipiert, dass er der anstehenden, raumfüllenden Anlagenerweiterung nicht im Wege steht. Rollenprüfstand, Lokprogrammer, Dekodertester, Arbeitslampe usw. sind alle fix montiert und somit jederzeit einsatzbereit. Das heutige Hauptthema ist der Besuch von Bernys Modellbahn Mitte Juli. Mit dabei hatten Bernie und seine Frau Claudia einige Kisten voll Rollmaterial. Damit wurde fleißig unsere Anlage befahren und natürlich auch für euch mitgefilmt. Soweit ich weiß, wird Bernie seine Aufnahmen in einer seiner lieben Gleisgeschichten verarbeiten. Ich zeige wie immer eher rohen und zusammenhanglosen Fahrbetrieb ohne Filtrum herum. Es hat viel Spaß gemacht mit den beiden und wir haben auch schon vereinbart, dass als nächstes ich dran bin, wieder mal Bernys Anlage zu befahren. Soviel als kleiner Spoiler für euch. Schon cool, wie gut der Weich Bernys 5047er mit neuem Motor anfährt. Soviel als nächstes. Seine Züge mit voll ausgestattetem Innenraum, also Beleuchtung und mit Maxal besetzt, sind auch richtig fein. Irgendwann muss ich das auch bei meinem Rollmaterial angehen. Ruß-Geräusche Die 1044er Schnellfahrlock hat ein wenig geratert. So wie es aussieht, braucht ihr mal neue Haftreifen. Mein persönliches Highlight von Bernys Rollmaterial war an dem Tag der ICET. Die Neigungstechnik ist echt toll anzusehen und der Zug fuhr sehr konstant seine Runden. Bitte unterstützt uns wieder, indem ihr fleißig kommentiert und liked, so bringen wir zusammen den YouTube Algorithmus in Schwung. Bitte auch ein Abo da lassen, so verpasst ihr keine Inhalte mehr von uns. Danke und bis zum nächsten Mal. Die MOBA Manufaktur